Einatmen, heb, ausatmen, tauch nach vorne ein, nimm die Hände an die Stange, atme hier ein und ausatmen, Bauchdecke nach innen und drück runter. Jetzt lass deine Arme lang und lass deine Schulterblätter arbeiten. Mit der Einatmung kommen deine Schulterblätter, ziehen hier zusammen und ausatmen, lass deine Schulterblätter breit werden. Einatmen, ziehen sie zusammen und ausatmen, senk ab noch zweimal. Sehr gut. Und jetzt lass die Arme gestreckt und lass die Schulterblätter breit und roll noch mal nach oben hoch. Genau, Bauch, 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 Sitzbecker runter und wunderbar, wie die Arme auch immer. Gut, und senk ab. Schön. Jetzt machen wir etwas fürs Gleichgewicht und für die Beine. Du nimmst erstmal deine Hände an diese Griffe und nimmst den rechten Fuß auf das Pedal und genau, den Vorderfuß. Jetzt nimm deine Finger einfach nur ganz locker auf das Pedal, auf die Händels, sodass du gerade stehen kannst. Richtig. Beide Sitzbeinhöcker sind auf einer Höhe. Aber so meistens, wenn du das rechte Bein jetzt drauf hast, heb die rechte Hüfte an, das willst du natürlich vermeiden. Du lässt das Becken hier. Okay, du atmest ein in deine Rippen und ausatmend drück das Pedal nach unten und einatmend wieder hoch. Mach das weiter. Das ist sehr gut. Ausatmend vor und runter und einatmend hoch. Bleib mal oben. Jetzt heb deine rechte Ferse etwas an, als ob du einen hohen, ja schonen Studien würdest und nochmal ausatmend tief. Und einatmend hoch. Wenn du kannst, nimm die Arme zur Seite. Wenn es vom Gleichgewicht her zu schwer ist, bleib da. Ja, genau. Und jetzt denk, mein Bauch drückt das Pedal nach unten. Mein Bauch drückt das Pedal nach unten und mein linker, mein Standbein, mein linker Oberschenkel zieht hoch in das Hüftgelenk. Und meine linke Hüfte ist unter meinem Becken. Du machst das sehr, sehr gut. Und hier auch Knie, Fuß, Hüfte sind auf einer Linie. Und noch einmal. Knie, Fuß, Hüfte.